Mehr als 32 Millionen Kinder weltweit sind von Hörverlust betroffen. Viele von ihnen leben in Armut und haben kaum Zugang zu einer audiologischen Versorgung. Die Folgen sind gravierend. Kinder, die nicht hören, können nicht sprechen lernen, haben Schwierigkeiten in der Schule, später im Berufsleben und so kaum eine Chance auf ein eigenständiges Leben. Seit 2006 ermöglicht die Hear the World Foundation bedürftigen Kindern mit Hörverlust auf der ganzen Welt eine audiologische Versorgung, Hörgeräte und Sprachtherapie und verändert so Leben. Helfen Sie mit, spenden Sie jetzt und schenken Sie einem Kind besseres Hören und damit ein Leben ohne Einschränkungen.